Und weil es hier weit und breit keinen Birkenbaum gibt, also wir haben hier gesucht und hier ist wirklich überhaupt kein einziger Birkenbaum, haben wir hier ein bisschen Müll genommen und das nehmen wir als Zunder. Das ist richtig geil. Jetzt wird Feuer angemacht. Das Holz muss verbrennen. Wir brauchen Wärme. Es ist kühl geworden. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Es brennt. Und wir haben Müll als Zunder genommen. Weil das ist besser Müll zu verbrennen, als das liegen zu lassen. Und hier liegt überall Müll rum. Das ist hier alles voll vermüllt. Und genau. Wir haben diese Holzbox gefunden, also vorhin, wo wir Holz gesammelt haben. Und da haben wir Holz da mit gelagert. Und jetzt verbrennen wir die Holzbox auch noch, weil der Holz ist schon auch drauf. Genau. Und es regnet immer noch. Das ist voll scheiße. Wir müssen uns da hier unter diesem kleinen Mini-Dach hier verstecken. Und unsere Sachen, die werden hier so ein bisschen befeuchtet. Der Regen muss weg. Der nervt uns. Wir wollen hier draußen schlafen. Und nicht da bei den Spinnen.